Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descendant. Heute geht es mal um die seltensten Module, die es im Spiel gibt. Da gibt es nämlich ein paar Module, da wird nicht angezeigt, wo es diese gibt. Da gibt es zum Beispiel ein Modul, was sehr, sehr gut ist, was euch, wenn ihr einen Gegner besiegt, Schild gibt. Das ist der Schildsammler. Dort wird euch leider nicht angezeigt, wo es den gibt. Beim Besiegen eines Gegners sofortige Wiederherstellung von 6,3% des maximalen Schildes kann man noch aufwerten, sodass die Abklingzeit runtergeht. Und diesen Schildsammler kann man nicht finden. So gibt es auch noch ein paar andere Module, die man in der Welt nicht finden kann oder sehr, sehr selten in der Welt kennt. So als Beispiel die Enso-Module. Wie ihr seht, habe ich von Enso gerade mal 1, 1 von 4. Und das liegt einfach daran, weil Enso, Enso's rote Module bekommt man nur in Tresoren. Und zwar auch nur in den ultrapräzisen Tresoren. Das heißt, die sehr, sehr seltenen und sehr, sehr schwer zu öffnen, mit Enso dann nicht mehr so. Aber ja, die seltenen Tresore, die können dann solche roten Module fallen lassen. Es gibt aber eine Möglichkeit, diese Module zu bekommen. Nicht nur das, was man nicht in der Welt finden kann, wie der Schildsammler, sondern eben auch jede Art von roten Modulen oder gelben Modulen, was ihr auch wollt. Und zwar könnt ihr Module kombinieren. Das ist ein Thema, das wollte ich schon richtig, richtig lange eigentlich angehen. Und heute ist der Tag gekommen, wo wir mal über Module kombinieren reden. Erst mal vorab, Module kombinieren für alle Early-Game-Leute würde ich von abraten. Kombiniert keine Module, das macht nicht so viel Sinn. Aber gerade so im Endgame, wo ich mich gerade befinde, wenn wir mal gerade mal schauen, ich habe aktuell 532 verschiedene Module und mir fehlen noch 22. Jetzt könnte man natürlich bei jedem Modul gucken, ey, wo gibt es das? Schauen, dort hingehen und dort versuchen, diese 2,5% Chance zu hätten. Was man aber auch machen kann, gerade bei den roten Modulen, ist Module kombinieren. Und bei den kombinieren gibt es keine Vorzugsweise bei irgendwelchen Modulen oder so. Dort könnt ihr einfach rein grundsätzlich jedes Modul bekommen, was es im Spiel gibt. Wenn ihr rote Module benutzt, dann bekommt ihr auch rote Module. Ich habe das hier mal gerade als Beispiel. Wenn ich jetzt also vier rote Module nehme, dann bekomme ich auch ein rotes Modul. Die Sache ist, irgendein rotes Modul. Das bedeutet, es kann eins sein, das ich schon habe. So wie den hier, den habe ich schon. Es kann ein neuer sein. Das kann man leider nicht beeinflussen. Das bedeutet, gerade für die roten Module gibt es für jedes Modul eine Chance von 1 zu 66. Heißt, wenn ihr zum Beispiel Elektrokondensation haben wollt für Bunny und hier nicht diese 2% haben wollt, könnt ihr auch vier rote Module oder drei rote und ein gelbes, das gibt auch in den meisten Fällen rotes, Lack haben und euch das kombinieren. Warum wird das interessant gerade im Endgame? Weil wenn ihr im Endgame die schweren Bosse besiegt, dann bekommt ihr sehr oft rote Module, teilweise auch zwei Stück auf einmal. Und gerade wenn ihr vielleicht mal einen Verschlinger oder einen Vollstrecker immer wieder, immer wieder macht, weil ihr vielleicht Komponenten haben wollt oder eine Morph öffnen wollt oder sowas, werden sich diese roten Module immer, immer mehr anhäufen. Und ihr werdet zwangsläufig rote Module in Hülle und Fülle haben und da bietet es sich auf jeden Fall extrem an, diese roten Module zum Kombinieren und nicht zu zerlegen, weil das Zerlegen nur in Anführungsstrichen 4.500 Kulpa gibt und Kulpa, sagen wir mal ehrlich, hat dann wirklich gar kein Problem im Spiel. Deswegen auf jeden Fall mein Tipp, ich mache das aktuell auch, jedes rote Module, was ich irgendwie doppelt habe, mache ich hier in die Kombination rein und hoffe, dass ich ein rotes Module bekomme, was ich noch nicht habe. Vor allen Dingen die Enzo-Dinger, glaubt es mir, die sind richtig schwierig zu bekommen. Die Enzo-Dinger wollt ihr nicht mit den ultrapräzisen Tresoren fahren. Vor allen Dingen die Chance bei den ultrapräzisen Tresoren ist nicht öffentlich. Also das kann irgendwas zwischen 1% und 99% sein. Ich habe noch nie einen aus dem Tresor bekommen. Dieses eine rote Module, was ich habe, habe ich selber auch kombiniert. Und dasselbe gilt auch für das gelbe Module, was ich euch gezeigt habe, mit dem Schildsammler. Das könnt ihr nur durch die Kombination bekommen. Das heißt, ihr müsst zwangsläufig hier vier gelbe zusammenpacken und dann hoffen, dass ihr Schildsammler bekommt. Ich glaube, dass es hier schon eine leicht erhöhte Chance gibt für Schildsammler, weil das halt nur über diesen Weg zu farmen geht. Bei den roten bin ich mir ziemlich sicher, dass die Chance einfach 1 zu 66 für jedes Modul ist. Und warum das auch wichtig ist, es gibt ein oder zumindest mal zwei Bosse im Spiel, die wirklich unfassbar schwer sind. Selbst wenn ich im Stream mit den drei besten Leuten zusammen reingehe, habe ich da Probleme. Das ist allem voran der Frostläufer. Der ist wirklich sehr, sehr schwierig. Geschmolzene Festung nicht unbedingt, aber gerade der Frostläufer ist sehr, sehr schwierig. Und dieser Frostläufer hat natürlich auch seine eigenen roten Moduldrops. Und wenn ihr die haben wollt, dann habt ihr ein Problem. Zum Beispiel hier überladene Schneide für Sharon gibt es nur bei der geschmolzenen Festung. Und so gibt es ganz viele rote Module, die es eben nur dort gibt. Ich versuche mal gerade eins bei einem Frostläufer zu finden, aber anscheinend habe ich alle für den Frostläufer schon. Hier ist nochmal geschmolzene Festung. Und gerade auch für die Early-Game-Leute, wenn ihr sagt, ey, ich schaffe aktuell nur den Vollstrecker und weiter komme ich nicht. Dann könnt ihr auch sagen, ey, ich farm den Vollstrecker, den kriege ich ganz gut down alleine. Und dann kombiniere ich mit den roten Module einfach so zu dem Modul, was du oder was ihr gerne hättet. Wo wir gerade bei Module sind, eine Frage, die ich mir auch schon mal gestellt hatte, ist, ob man Kulpa zurückbekommt, wenn man ein Modul zerstört, wo man Kulpa für eingesetzt hat. Und ja, also wenn ihr Kulpa für ein Modul schon eingesetzt habt und das nicht mehr braucht, aus welchen Gründen auch immer, hier zum Beispiel Wasserspiel, dann bekommt ihr einen Teil des Kulpas zurück. Ist vielleicht für alle interessant, die nicht so viel Kulpa haben und jetzt vielleicht Module auf der Bank haben, die sie mal gelevelt haben, sich dort aber vertan haben und das jetzt gar nicht mehr nutzen. Ich zum Beispiel, ihr seht, das häuft sich halt. Sowas wie Schockschlag werde ich nie wieder benutzen, weil ich Luftmanöver habe. Da könnte ich jetzt, wenn ich Kulpa-Probleme hätte, den zerstören und würde einen Großteil, oder ich glaube die Hälfte, wieder zurückbekommen. Hier wäre zum Beispiel auch ein Lilanes, was ihr nur durch das Kombinieren bekommt, Schussfokus, Schusswaffenangriff plus 4%, Fertigkeitsstärke minus 4%, Schussfokus, keine detaillierte Liste. Und so könntet ihr jetzt zum Beispiel, habe ich auch noch nicht, wusste ich auch nicht, da ich die auch noch nicht habe, hier hingehen und sagen kombinieren und dann die Lilanes, könnt ihr hier einfach filtern, selten. Dann sortiert ihr hier nach Anzahl, dann habt ihr oben die ganzen, wovon ihr ganz viele habt und dann versucht ihr einfach dieses Modul zu bekommen. Und als letzten Punkt, weil es eigentlich ganz gut hier reinpasst, würde ich gerne einmal abklären, wie man auf 85 Modulkapazität kommt. Ich glaube da, das wissen einige nicht, einige schon, deswegen will ich es hier einmal erklären. Also Standard, der Standard, den ihr habt, den könnt ihr sehen anhand eures Meisterschaftsrang. Da seht ihr ab Meisterschaftsrang sind das 50. Gehen wir jetzt einfach mal von so einem Standardrang, Stufe, obwohl, ne, gehen wir mal von Maximum aus 50, damit ihr auch wisst, was das Maximum ist. Nämlich 85, was ich hier habe. Also 50, das ist das, was ihr habt auf Meisterschaftsrang 20. Dazu könnt ihr dann mit einem Maximale Kapazitätssteiger, mit einem Energieaktivator 20 maximale Kapazität erhöhen. Damit wären wir dann auf 75. Dann gibt es ja noch dieses Luftmanöver, beziehungsweise Schockschlag oder was da nicht alles gibt. Luftmanöver, Fährmanöver, Multimanöver und so weiter und so fort. Und das gibt normalerweise auf maximalem Level 10. Da wären wir dann bei 80. Und wenn man jetzt hier noch einen Kristallkatalysator reinpackt, mit M, beziehungsweise mit dem Typen, den euer Sekundärangriff hat, dann gibt es da nochmal 50% obendrauf. Und so kommt man dann am Ende in Summe auf 85. Das wussten einige nicht und da wurde ich öfters mal gefragt, ey Lu, wie hast du ein 85? Das liegt wahrscheinlich bei euch in den meisten Fällen daran, dass ihr hier noch keinen Kristallkatalysator genutzt habt und deswegen hier noch keine 15 Modulkapazität habt. Aber das war es im Groben zu den Modulen und zu den Kombinieren. Ich finde ein wichtiges Thema, was gerade im Endgame sehr spannend und wichtig wird. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, wie ihr das Kombinieren findet. Ich bin ein ziemlicher Fan davon, dass es einige Module gibt, die man nur dadurch bekommen kann. Und vor allen Dingen, dass man bei den roten Modulen die Möglichkeit hat, dort Module zu kriegen, die man so nicht so easy in der Welt findet. Gerade wenn ihr gerade auch schwer gekommen seid, ich habe es erklärt. Und dann gerade die ersten beiden Bosse vielleicht so hinkriegt und dort richtig schön rote Module farmt, habt ihr die Möglichkeit, auch ein rotes Modul von der geschmolzenen Fassung zu bekommen. Das finde ich schon ein sehr cooles System. Mein Ultimate Glay Bosse Zerstörer Bild ist auch so gut wie fertig. Ich habe leider ein kleines Problem. Ich konnte meinen Reaktor nicht holen letzte Woche und jetzt muss ich eine ganze Woche warten, bis mein Reaktor wieder da ist. Ich werde euch den Bild aber trotzdem morgen hochladen. Das heißt, nur noch einmal schlafen, Leute, dann kriegt ihr den Ultimate Glay Bild mit der Python und mit dem Bosse innerhalb von 10 Sekunden Zerstören von mir. Also noch einen Tag. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, auf jeden Fall ein Follow da lassen würde mich sehr freuen. Like auf dem Video und ich sage bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.